Grover's Band ist nur ein kleiner Fleck auf der Karte im Universum. Transformieren! Besucher der unangenehmen Art erscheinen. Wir bekommen Gesellschaft. Sie sind böse, sie sind hungrig. Sie lieben die Stadt. Sie haben sie zum Fressen gern. Critters! Critters 2. Sie kehren zurück. Die Leitung ist gestört. Wir brauchen einen Channel. Ich würde dem Branchentelefon nun nachsehen. Hungrige, haarige Scheusale aus dem All greifen an. Jemand muss uns helfen. An wen denkst du? An die Kritterbusters? Die Leute sind klasse. Sie fressen alles. Ich finde es wird höchste Zeit, dass wir endlich was unternehmen. Es müssen ein paar hundert sein. Critters 2. Mordsmäßig gefräßig. Wir haben nichts mehr zu verlieren, nur unser Leben.